hallo meine leute und herzlich willkommen zu einem neuen video ja ich wollte euch nur kurz mal informieren dass heute dass das einzige video ist ich habe heute eigentlich einen fotograf aufgenommen ich sag euch noch nicht was für eins ja mein problem ist ich habe so ein schnittprogramm und ja das war eigentlich auch schon letztens war das problem das spackt halt einfach ab und ja dann kann ich einfach keine videos bearbeiten ich kann jetzt hier ich versuche halt einfach nur dass dieses video jetzt wenigstens noch online kommt dass ich dann einfach schnell die beiden teile aneinander packe und dann zack hoch lade ja ist ein bisschen blöd aber ich schreibe diese seite von denen die dieses programm gemacht haben an und dann sage ich denen dass die mir mein geld zurückgeben soll weil ich habe da nämlich geld für bezahlt und jetzt bräuchte es gar nicht mehr deswegen will ich mein geld zurück haben und dann hole ich mir jetzt so ein anderes programm das heißt kamtasia kennt vielleicht einige benutzen auch die ganzen anderen youtuber die jetzt mit windows arbeiten und ja wie gesagt das hole ich mir dann kann ich im laufe der woche das video schneiden und deswegen freut euch schon mal auf das footdraft es wird auf jeden fall noch diese woche kommen ich schreibe die jetzt heute an und hol mir dann morgen direkt dieses andere programm und ja ich wollte euch nur informieren nicht dass ihr euch wundert dass jetzt die letzten wochen keine videos gekommen sind ist ein bisschen blöd ich kann es halt nicht ändern weil was soll ich machen ja ich werde die halt heute anschreiben und wenn das klappt dann hole ich mir heute sogar schon vielleicht das programm und dann wird das video auf jeden fall schon morgen kommen wenn nicht dann muss ich irgendwie gucken wie ich es anders mache auf jeden fall ja wird dieses video was eigentlich heute kommen sollte diese woche kommen ich laber schon wieder viel zu viel seid mir nicht böse auf jeden fall dass letzten wochen nicht so oft videos gekommen sind ich habe versprochen dass ich jeden zweiten taten video machen will ja jetzt habe ich eine woche kein video gemacht ja wenn ich auf jeden fall noch alles nachholen wird vielleicht eine woche mal geben wo ich dann jeden tag ein video mache aber ich will nur nicht sagen nächste woche oder so ich will erst mal dieses neue programm und ja genau ich wollte dich einfach nur informieren damit ihr bescheid bist und haut rein bis zum nächsten mal und ciao wir sehen uns diese woche